Na, der Herr Holzinger ist der einzige Fachmann, der sich mit der Maschine auskennt. Feiertage für Fortgeschrittene ist eine Komödie in drei Akten von Regina Roesch, das von uns in Mundart gespielt wird. Und die Vorstellungen hier in Wälderoth finden am 9.11., das ist ein Samstagabend, ab 19 Uhr und am 10.11. um 15 Uhr auch in Wälderoth statt. Die dritte und vierte Vorstellung am darauffolgenden Wochenende, da freitags und samstags jeweils abends. Anschließend spielen wir nochmal in Naschstetten und das ist im Januar, also nach Weihnachten, am Samstag, 11.01. um 19 Uhr abends und am Sonntag, 12.01. um 15 Uhr in Naschstetten im Bürgerhaus. Karten können bei Silke Kern hier in Wälderoth erworben werden. Alter, es gibt die Show des Jahres. Hier, ein Glück, dass wir nicht schon an Weihnachten do gewesen sind, sonst hätte man den ganzen Auftritt jetzt hier verpasst.